Ah, gut, jetzt wird's lustig. Stellt euch vor, ihr habt da eure Nachbarn, die Hinterwäldler, mit ihren alten, müden Kühen. Die geben kaum noch Milch, und ihre Mumurufe sind so leise, dass ihr sie kaum hören könnt. Die sind so alt wie die Berge und können nicht mal mehr auf die Alp hochsteigen. Pah! Aber dann gibt's auch die jungen Küchen, die voller Energie sind und euch so viel Milch geben, dass ihr schwimmen könntet. Nun, so ähnlich ist das mit den Keywords. Es gibt die alten, ausgelutschten Begriffe, die kaum noch jemand sucht, die sind wie die müden Kühe eurer Nachbarn. Aber dann kommen die frischen, jungen Keywords daher, die alle Welt begehrt und nach ihnen sucht. Das sind die Küchen, die viel Milch geben und euch glücklich machen. Also, was macht ihr jetzt? Ihr geht raus und stibitzt euch diese jungen Küchen, ey, ich meine, ihr sucht euch diese begehrten Keywords und bringt sie zu euch nach Hause, auf eure Webseite. Und wisst ihr was? Wenn ihr diese jungen, saftigen Keywords auf eurer Seite habt, dann kommen die Leute von überall her, um eure Webseite zu sehen, wie die hungrigen Hirsche im Winter. Ihr werdet regelrecht von Besuchern überrannt. Aber hüttet euch vor den alten, langweiligen Keywords. Die sind wie lahme Esel, sie ziehen euch nicht nach oben in den Suchergebnissen, sondern lassen euch einfach im Schlamm stecken. Also, meine lieben Internet-Alpenjäger und Jägerinnen, geht raus und schnappt euch die frischen, jungen Keywords, als ob ihr die besten Kühe von der Alb holt. Lasst eure Webseite so sprudeln wie ein Wildbach im Frühling. Und vergesst nicht, eure Kuhglocken zu läuten, damit alle wissen, wo der Milch sie ist, ey, ich meine, wo eure Webseite ist. In keiner Zeit zuvor gab's so viel Spaß und Vergnügen im weltweit Alpenland. Also los jetzt, macht eure Seite zur besten Allenhütte im ganzen Internet. Hopp, hopp, husch, husch, geht's jetzt los.